Im Lichte eines Aggressors und eines Opfers. Neutralität bedeutet, sich auf die Seite des Aggressors zu stellen. Und deswegen ist unsere Leitlinie deutlich zu machen, dass wir an der Seite des Opfers stehen. Opfer stehen, das wie jedes andere Land auf dieser Welt in Frieden und in Freiheit leben möchte. Und ich möchte, dass seine eigenen Staatsbürgerinnen werden. Annalena Baerbock blamiert sich mal wieder bis auf die Knochen.